Hi Leute, hier nochmal ein kurzes Erinnerungsvideo zum Koch-Video-Wettbewerb, denn ja, der läuft jetzt noch bis zum 01.01.2015, also noch ungefähr einen Monat, ein bisschen mehr noch als einen Monat quasi. Ja, für alle die, die daran teilnehmen möchten, wollt ihr einfach nochmal daran erinnern, dass ihr noch einen Monat Zeit habt. Ja, denn ich habe noch nichts bekommen, aber ja, wie gesagt, ein bisschen Zeit ist ja auch noch und für alle die, die es auch bisher vielleicht noch nicht mitbekommen haben, dass sowas bei mir läuft. Also ihr könnt einfach ein Koch-Video machen mit eurem Lieblingsrezept, das bei mir einschicken und dann vielleicht gewinnen. Das hängt dann davon ab, was euch so alles gefällt. Ja, das wollte ich kurz nochmal kurz sagen. Wenn ihr teilnehmen möchtet, am besten schreibt mal eine E-Mail an attack.web.de, habe ich nochmal unten in die Videobeschreibung geschrieben und dann freue ich mich auf eure Videos. Okay, bis dann, tschö.